Fünf-Sterne-Hotel, Herr Kahawatte, seien Sie realistisch bei der Schwere Ihrer Behinderung. Da kommt für Sie nur eine Ausbildung zum Telefonisten oder Masseur in einer behindertengerechten Einrichtung in Frage. Und ich kann Ihnen wirklich nur raten, hören Sie auf zu träumen. Wie soll das gehen? Soll ich mir vielleicht eine Traumbehinderung zulegen? Du bewirbst dich bei einem Fünf-Sterne-Hotel in München und du willst es verschweigen? Ja, geht ja nicht anders. Ich will das Leben führen, das ich führen will. Ohne, dass mir jemand sagt, das geht nicht, das darfst du mit deiner Behinderung nicht machen. Das seit 1841 privat geführte und mehrfach ausgezeichnete Hotel Bayerischer Hof in seinen 340 Zimmern, inklusive 65 Suiten, eine Institution unter den internationalen Luxushotels. Das Liebe-Entertainment im Nightclub ist ebenso legendär wie Komödie im Bayerischen Hof, die für bestes Wohntheater steht. Und unser hausreignes Kino-Astor, Erzähl am Launch, Garantier-Unterhaltung der Extraklasse. Insgesamt fünf Restaurants sowie sechs Stars lassen keinen kulinarischen Wüscher offen. Im S-T-R-T-E-Distrainierten-Designers Axel wird vor Ort saugt sie anhaftig den November 2.